Vielen Dank, alle zusammen. Sie könnten mich gestern schon gesehen haben. Ich werde über eine USB-Waffenkammer reden, das wir vor kurzem veröffentlicht haben und jetzt in unserer Crowdfunding-Phase ist. Ich werde kurz darüber reden, weil wir einen stundenlangen Vortrag haben, den wir in 25 Minuten abziehen wollen. Es ist ein kleiner Computer, der in einen sehr kleinen USB-Stick reingequetscht wurde und das ist alles quellenoffen und nennt sich USB-Waffenkammer oder USB-Armory. Warum haben wir beschlossen, dies zu machen? Wir machen Sicherheit und wir wollen ein sehr kleines, verstrauenswürdiges Gerät für Sicherheitsanwendungen haben. Als wir gedacht haben, dass es nett ist, einen gesicheren Computer in einem kleinen Formverkehr haben, dann wollten wir auch verbesserte Messenspeicher über USB machen oder dass man einen SSH-Kanal darüber machen kann oder einen Tor-Router. Und das waren alles Anforderungen, die einen kleinen Computer nutzbar machen. Die erste Benutzmöglichkeit hatten, war, dass man eine erweiterte Speichersteuerung hat, dass man nicht nur eine USB-Datei auf einen USB-Stick speichert, sondern dass es auch automatisch verschlüsselt wird, mit was auch immer der Schlüssel ist, mit dem man wählt, vielleicht schon in den Ordner bestimmt ist oder anhand des Namens der Datei oder was für E-Mail-Kriterien, die man bestießt. Irgendwas, was sehr einfach ist, benutzt zu werden, wie man es möchte. Nicht eine einzelne Funktions-Hardware hat, sondern dass man ein sehr einfacheres Multiplipers hat. Und wenn man einen Computer drauf hat, dann kann man auch schon nach Viren durchsuchen. Das war eine der Versuche, die wir machen wollten. Und was wir jetzt beschlossen haben, zu machen, war, einen kleinen Linux-Computer zu machen, der eine USB-Schnittstelle für Massenspeicher macht, und dann kann man darauf einfach zugreifen. Und dann natürlich, als diese Idee realisierbar wurde, konnten wir sagen, man kann so viel mehr darüber machen. Wenn wir ein kleines Gerät haben, das ein Computer ist, dann kann man darüber auch TCP-IP machen. Und dann kann man die Datei gleich uploaden oder per E-Mail weitersenden. Oder ein Google Drive, wenn Google ein schlechtes Wort für diese Gruppe ist. Was auch für immer eine File-Sharing oder direkte Hochlademechanismus hat. Und das alles hängt davon ab, dass man einen sehr kleinen und einfachen Computer auf der Größe eines USB-Sticks hat. Und dann haben wir uns gedacht, wir können noch so viel mehr machen. Was zum Beispiel für, wenn man Deniability hat, wenn man einen speziellen Namen, wenn eine Datei mit einem speziellen Namen hat. Und wenn man diese Datei erstellt wird, dann löscht sich alle Dateien von der Festplatte automatisch. Alle diese Funktionen kann man nicht herkriegen ohne einen, mit einem normalen USB-Stick oder mit irgendeinem anderen kommerziellen Produkt, das aktuell da draußen ist. Sehen Sie, wie wir darüber nachgedacht haben. Sobald wir darüber nachgedacht haben, einen so kleinen, quellenoffenen Design haben, dann haben wir ganz viele Ideen bekommen, wie wir das durchsetzen können oder was wir damit machen können. Natürlich kann es auch als SSH-Proxy benutzt werden. Zum Beispiel, wenn man einen unvertrauenswürdigen Computer benutzt und man möchte einen SSH-Server kontaktieren darüber, dann kontaktiert man den USB-Gerät zu dem Computer. Es wird über TCP, HP erstellt, wird man SSH dazu mit einem einmal benutzbaren Passwort oder einem Passwort, dass man, egal ob man das benutzt, und dann von dem aus installiert man über SSH zu einem Gerät über die vorinstallierten Schlüssel, die nicht auf dem Hauscomputer berühren. Es kann auch als Passwortmanager benutzt werden. Warum nicht? Entweder was sehr Einfaches, wo man eine PIN benutzt und die Webpublikation wird über ein PIN entschlüsselt wird oder ins Clipboard kopiert wird oder es wird angezeigt oder man kann sogar ein Proxy auf dem Gerät haben, das mit jedem bewilligen Passwort, das man da hinschreibt, und es wird durch das Originalpasswort ersetzt. und es wird nie auf dem Computer veröffentlicht oder ist nie drauf. Diese Möglichkeiten sind alle nur dadurch möglich, dass man einen kleinen USB-Computer hat, der bei USB angeschlossen wird. Natürlich kann man das Ganze auch als Authentifizierungstoken benutzen, zum Beispiel über das FIDO-Protokoll oder auch das Google-Authentifizierungstoken. Genauso ist es sehr interessant, die Idee, mit was man solcher Hardware erreichen kann, was ich wirklich mag. Man kann kontrollieren, ob der Host immer noch derselbe ist. Also man kann ihn authentifizieren über den USB. Der USB ist ein eigenes Gerät mit seinem eigenen Kernel, mit seiner eigenen Sicherheit und man kann ihn einstellen, wie man will. Dieses Gerät kann mit deinem Rechner kommunizieren und es kann sicherstellen, dass es der richtige Rechner ist, mit dem man kommuniziert. Man kann zum Beispiel ganz einfach den SSH Fingerprint kontrollieren und dann kann man sich selbst entscheiden, was man macht, wenn das Gerät nicht vertraut ist. Zum Beispiel kann man einstellen, dass der USB sich selbst löscht oder oder dass man das Gerät den USB-Stick lockt. Das ist möglich mit so einem USB-Grad möglich. Man kann sogar, dass wenn der USB-Stick zu einem Laptop connected wird, wenn es der nicht dein ist und dann zeigt der USB-Stick einfach nur andere Dateien an. Wenn du es zu deinem Laptop connectest, sehe ich Porn und wenn du es nicht zu deinem connectest, sehe ich nur Mickey Mouse. Um das Ganze möglich zu machen, haben wir ein paar Design-Ziele. Es muss wirklich klein sein und über USB funktionieren. Und über USB funktionieren, äh, USB-Powered meine ich nicht USB, ähm, mit Netzteil, sondern nur ein USB, der wirklich mit den 5 Volt des USB-Pods läuft. Es braucht einen schnellen Prozessor und keinen sehr, sehr langsamen, äh, Mikro-Prozessor, was vielleicht funktionieren würde, aber dazu müsste man den Code sehr optimisen. Wir wollen aber etwas, was sehr schnell ist und, ähm, das Ganze angenehm macht. Wir hätten gerne ein Secure Boot. Äh, wir würden gerne, ähm, das Ganze mit unserem Key signen können, dass auch nur meine Sachen ausgeführt werden. Ähm, natürlich, äh, Standoverbindung über USB. Und, ähm, dass man das Ganze in einer bekannten Entwicklungsumgebung, ähm, entwickeln kann. Also nicht irgendwas, was wirklich schwer modifiziert werden muss, damit man damit arbeiten kann. Ähm, und natürlich Open Design, weil es ein Sicherheitsgerät ist, was dazu offen sein muss, dass man es angucken kann, ähm, und dann die Pläne dazu aufmachen kann und dass man weiß, dass es genau das ist, was ich habe und das nicht modifiziert wurde. Ähm, die erste Herausforderung in vielen Herausforderungen war, ähm, das, äh, System, äh, für den, den Sock auszuwählen. Wir haben ein AM Cortex gewählt. Es ist sehr, sehr leistungsstark. Ähm, jedes, ähm, fast, fast jedes Datenblatt, äh, und Handbuch ist öffentlich. Ähm, ähm, die Datensheets sind okay, also besser als anderen, äh, Herstellern und, ähm, ja, das ist viel, viel besser. Ähm, es ist ein, ähm, Stromverbrauch, äh, äh, Guide verfügbar, ähm, damit man weiß, was man laufen lassen kann. Darauf kann zum Beispiel Android laufen wollen, Android, Linux, alles, was man haben will. Es ermöglicht euch, ähm, man will sich nicht, äh, zu einem Design festlegen und dann feststellen, dass das nicht möglich ist. Ähm, ich springe über die Folie, weil wir haben nicht allzu viel Zeit. Ähm, eine Sache, die wir uns anschauen, ähm, ist, äh, warum wir, ähm, also, das gibt es die Möglichkeit, die Software, ähm, zu trennen von der, von der, von der, mit diesem Gerät wollen wir, ähm, das Ganze ändern. Das hier ist kein Speichergerät, von dem wir booten, sondern, es ist ein unabhängiger Computer. Und having the so-called normal and secure world that trust on, äh, supports. And these two words are completely, ähm, And the interesting thing about trust on, ähm, trust on, ähm, and separate something like the memory space and the code execution segments, but also all the different hardware-supportes, und die ganzen unterschiedlichen, äh, hardware-unterkomponenten, die auf dem Chip sind, kann man sicherer machen. Ein weiteres Beispiel ist, dass eine LED auf dem Gerät ist. Diese LED zum Beispiel kann man dazu benutzen, das nur, wenn es sicher ist. Das heißt, immer wenn die LED an ist, weiß man, dass danach, wie das Gerät belegt ist, dann ist in dieser Zeitpunkt der sichere Container am Laufen und nicht der normale. Nur dadurch, dass man auf die LED schaut. Und wir haben uns gedacht, das ist eine sehr coole Idee. Also, in dieser Art und Weise ist das eine der coolen Ideen, ist, dass man die Verschlüsselung, die Verschlüsselung auf der Micro-SD-Karte auf einem sicheren Einheit macht. Sodass selbst, wenn die USB, der Linux-Compiler problematisch ist, dann kann man immer noch nicht die Verschlüsselungs-Keys aus dem Speicher entfernen, weil der Speicher nicht direkt vom Linux-Kernel angeschossen werden kann. weil jeder einzelne Einheit auf diesem Chip aufpasst, was verstrauenswürdig ist. Hier ist unsere Idee, wie wir das gemacht haben. Wir haben im März angefangen zu entwickeln. Wir haben ein Breakout-Bot ausgemacht. Wir haben ein Alpha-Bot erstellt. Wir haben das Produkt angekündigt. Wir haben im November die Beta-Bots bestellt. Die Beta-Bots sind angekommen. Daraufhin haben wir unsere Design für die Version 1 installiert. Im Moment wird es bei CrowdSupply crowdfunded und wir sind bei 71%. Das heißt, wenn Sie daran interessiert sind, können Sie dort einen vorbestellen. Es arbeitet vom USB-Host-Power. Es arbeitet mit einem Micro-SD-Karten-Snot und alles läuft von der Micro-SD-Karte. Es gibt 5-Pin-Breakout-Header, wo man Fast-Granual-Purpose-Input-Out-Pins anwenden kann. Eins davon wird von der USB verwendet. Wir haben sie schon mit Ubuntu, Debian und Android und Ubuntu verwendet und es läuft alles problemlos. Und wir können auch Ethernet und Massensteuerwerke-Medium verwenden können. Natürlich, soweit haben wir nur das Gerätmodus gezeigt und während wir das Gerät entwickelt haben, waren wir ein bisschen dumm, weil wir die IDE-Pin von USB-On-The-Go gemacht, Richtung auf den Portus gesetzt haben. Und wir können das Gerät auch in den Host-Modus ändern. Das heißt, wenn man einen Female-zu-Female-Adapter hat, zum Beispiel hier mit diesem Breadboard, und man kann einen Maus und einen USB und einen USB-Screen und einen USB-B-Land-Adapter machen können, dann kann man das Ganze nur durch eine Veränderung der Software verwenden und als eigenen Computer verwenden. Dann muss man nur den Modus verändern und man kann es als USB-Gerät machen. Das heißt, für Leute, die wirklich paranoid sind, kann man das als einzelstehendes Gerät nehmen. Das ist, wie es aussieht. Jeder kann dieses Gerät auf einem Breadboard nachbauen, diesen USB-Adapter. Das heißt, man braucht nur einen powered USB-Hub und man kann beliebige Anschlüsse dran machen im Host-Modus, das man direkt als Computer benutzt. Okay, was waren die Sachen, die Probleme, die wir dabei hatten? Okay, natürlich gab es einen komischen Chip und es war sehr schwierig, diese Chips per Hand herzustellen. Vielleicht sind ein paar von ihnen besser, aber wir konnten diese nicht per Hand machen. Wir haben also einfach nur die Bords bestellen. Wir haben dieses Design erstellt und wir haben zwei bis zehn Geräte gemacht, weil es eine sehr hohe Spezifikation war. Und wir haben gehofft, dass das richtig rauskam. und das waren die großen Probleme. Wir haben gesagt, aber wir haben gedacht, lasst es uns ein bisschen anders machen. Lass uns ein prototypiges Board machen und wir machen ein sehr teures Board und machen einen sehr teuren Adapter und wir können den einfach einstecken, ohne dass wir was löten müssen. Vielleicht können wir darüber starten und fast alles ausprobieren, außer den Speicher und wir können alle möglichen Sachen ausprobieren, ohne dass wir sehr viele Geräte bestellen müssen. Also haben wir hier ein Board ausprobiert, aber Darth Vader da oben hat den Admiral, meinen Kollegen getötet, nach dem Motto, du hast das letzte Mal einen Fehler für mich gemacht, denn selbst nach zehn Stellen von zehn von denen hier hat es immer noch nicht funktioniert, weil die Toleranz zwischen den Entfernungen war einfach so groß, dass es man per Hand machen kann, so sorgfältig wie man sein kann, außerhalb von sieben Voltage-Linien war eine mit Sicherheit nicht stabil genug, also so war das einfach nicht möglich zu machen. Das war wie der Superstern-Zerstörer, eine große Sache, die richtig teuer ist und im Endeffekt nutzlos ist. Also wenn ihr das macht, macht nicht diesen Weg, macht ein ordentliches Design von Anfang an und wenn ihr Glück habt, funktioniert das von Anfang an und ihr könnt viel Zeit und Geld dadurch sparen. Wenn ihr eine schaltende Stromversorgung macht, dann macht es über diesen Weg, macht es direkt und nicht über unsere Sache. Das zweite Problem, das wir gemacht haben, ist, wir haben KeyCard für alles benutzt, wir wollten Open Source machen und dass jeder das machen kann, aber Routing, Arbeitsspeicher mit KeyCard ist nicht so einfach. Ich habe zwei Wochen gebraucht, um zwischen den Speicher und dem Prozessor die Linien zu ziehen. Es kann gemacht werden, aber es ist eine große Menge Arbeit, das komplett Open Source zu machen. Der Grund, weshalb das so kompliziert ist, ist, weil jede dieser Linie exakt genau gleich lang sein, wenn man sie paranoid machen möchte. Und wenn die Platine sehr teuer ist, dann muss man sicherstellen, dass man all die gleichen Längen hat und KeyCard kann dabei überhaupt nicht helfen. man geht von den Plänen aus KeyCard und KeyCard kann schöne Bilder ausmachen. Es ist nicht unbedingt nützlich, aber es sieht wenigstens gut aus. Wir sehen unsere 3D-Ding und dann machen wir die Bestellung und dann kriegen wir das Alpha-Board und man sieht den Admiral und den Darth Vader und es ist ein anderer, weil der Erste ist gestorben. Der Erste Admiral steht und ist unlebend, weil das Alpha-Board beim ersten Versuch geklappt hat. Das hat mich wirklich inspiriert Hardware zu machen, auch wenn es wirklich nach einer schweren Aufgabe aussieht, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde euch wirklich raten, probiert es, es macht Spaß. Das Alpha-Board war ein bisschen größer, damit wir noch ein JTAC-Device anbringen können, damit wir Debugging Optionen hatten und Probleme lösen konnten. Zum Beispiel wenn das Gerät nicht startet. Genauso muss man mit dem Hersteller wirklich viel arbeiten, weil man ein Design auf Keycard entwickelt, heißt das nicht unbedingt, dass man das produzieren kann in größeren Stückzahlen. Also war es wirklich wichtig, mit dem Hersteller zu arbeiten, um zu verstehen, wie die Maschinen dort funktionieren, wie das Ganze gelötet wird und wie das Ganze produziert werden kann. Und wenn das in diese Größe macht, vergewaltigt man so ziemlich jede Größe, die für die ganzen Teile vorgeschrieben sind. Es ist, oh, du fragst mich, ich sollte so und so viel Platz haben, oder ich sollte rechts rum um das Bauteil gehen, aber ich kann da nicht lang, weil das Ganze belegt ist. Aber wir hatten JTAC, was ein bisschen nutzlos war, aber was funktioniert hat. Und wir haben auch den Waspirate darauf angeschlossen. Es hat funktioniert, wir konnten die LED anschließen, die wir später hin zugefügt haben, und dieselbe USB von einem Pentium II Prozessor wurde in diesen kleinen Chip gequetscht. Und alles mit Open Source Tools. Ich finde, dass es eine richtig tolle Sache ist. Und jeder kann das machen. Vielen Dank. Dann haben wir die Beta-Bots gemacht. Wir haben sechs Revisionen von Beta-Bots gemacht. Im Endeffekt sieben Versionen, darum haben wir unterschiedliche Sachen gemacht. Wir Power-Optionen verändert. Wir haben versucht, den USB-Host nicht zu produzieren. Jetzt haben wir den Host-Mode und darum haben wir es nicht gemacht. Wir haben von Alpha zu Beta zu Mark 1, also die erste Version und die Beta-Version unterschiedliche Iterationen. Wir haben einmal bestellt und unterschiedliche Iterationen gemacht. Wir haben alle funktioniert und wir haben einfach die billigste und die effektivste davon ausgewählt. Also was wir davon gelernt haben, eins, da waren kleine Induktoren, die sehr fragil waren. Das heißt, nach einer Woche sind die einfach ausgekommen, Kondensatoren. Und nicht, weil die Löten nicht ordentlich waren, man wird das nie zerstören, sondern der Gerät in sich selbst war nicht wirklich gedacht, diesen Schock auf einen Tisch gedrückt steckt zu werden, nicht gemacht wurde. Zweimal am Tag für jede Woche. sind einfach kaputt gegangen. Das ist die Sicherheit von Testen. Man möchte nicht tausend PCBs machen, die dieses Problem haben. Das Erste, was wir gemacht haben, sind diese Kondensatoren mit neuen Ersetzen. Die neuen sehen jetzt aus wie Battlestar Galactica. Und wenn man auch Hardware macht, dann hat man ein Problem mit diesen Sachen. Man hat einmal den Elektriischen Shielding. Noch ein weiteres großes Problem ist Gold Plating. Wir brauchten ordentliche Vergoldung der Implantation, dass es auch nach mehr als 50 Mal weiter funktioniert. Wie man Gold Vergoldung macht, wie unser Hersteller das gemacht hat, ist in diesem Fall, in der Beta Version, die brauchen ein paar Kontaktpunkte, um die Gold drauf zu bringen. Wir haben vier kleine Spuren gemacht, die nach außen über die Kante des Boards gegangen sind. Was da passiert ist, wir haben das Board reingesteckt, wir haben fünf Sekunden später und dann startet es, jedes Mal. Und wir haben uns gefragt, wo kommen diese fünf Sekunden her? was was wir gemacht haben, man sucht auf jedem Datensheet und man sucht überall mit seinem PDF Bilder und man fünf Sekunden und man merkt, dass fünf Sekunden die Zeit ist, die der Spannungsregulärer braucht, um Unterspannungsdetektion braucht. Und wir haben uns gefragt, warum haben wir Unterspannung am Anfang? Weil wir das Board gemacht, zugeschnitten haben, dann wurden die einfach nicht kontaktiert und dadurch gab es eine Unterspannung bei dem Erstellen dieses Gerätes. Wir haben diese Spuren nie designt, aber der Hersteller hat das gemacht. Wir haben fünf Tage lang damit verbracht, diese Fehler zu finden und das war sehr böse. Auf der rechten Seite sieht man wie eine bessere Methode, wo man diese vier Punkte auf der Innenseite hat. Sogar Sachen, die trivial sein sollten, ja klar, mach es, könnte es zu einem Problem führen. Okay, das ist das endstädliche Design. Wir haben den JTAG auf der Rückseite gemacht. Für die Leute, die das wirklich noch benutzen wollen, dann müssen sie dran löten und man kann es natürlich ausschalten und wenn man es als Sicherheitsgerät nutzt, kann man es einfach ausschalten. Wir sehen die Pins auf der rechten Seite und ich habe genau sechs Minuten für Fragen, wenn Sie interessiert sind in dieses Produkt. Gehen Sie bitte auf die Crowdfunding Produkte und crowdsupply.org. Und wenn ich noch sagen möchte, ich kann es an meinem USB-Stick an meinen Laptop einschalten und ich kann mir SSH darauf zugreifen auf diesen USB-Stick auf dem Linux läuft. Und das hier ist mein Bitcoin Wallet, der auf dem USB-Gerät läuft, über Windows X wird es auf meine Windows-Maschine weitergegeben wird. Das heißt, alle USB-Schlüssel bleiben da drauf und wir haben innerhalb von 60 Sekunden das Ganze zum Laufen gebracht. Als erstes danke, dass du sowas gemacht hast. Als zweites würde ich gerne wissen, ob du schon eine Alpha- oder Beta-Version für das Secured-Booten-Modul hast. Ja, das sichere Booten, da haben wir eine Applikation von irgendeinem anderen und es ist da und wir haben es nicht implementiert, aber wir versuchen es einfacher zu machen, dass jeder es benutzen kann. Und das sollte gemacht werden, bevor März läuft. Wir wollen jetzt erst die Hatte rausschicken und dann können wir das machen. Vielen Dank, cooles Projekt. Da ist eine SD-Karte mit WiFi drauf und einem vollen Linux-System, was drauf läuft. Und hast du dir das Projekt mal angeschaut? Was war der Name? Es war irgendwas mit WiFi in und es gab zwei Saison davon und man kann seinen eigenen Code drauf laufen lassen. Man hat zwar die USB Debuggen Option zwar nicht, aber man kann darüber Dateien über WiFi teilen, zum Beispiel für Fotos. Es hatte ein paar weniger Einfälle. Bevor wir diese Idee hatten, haben wir natürlich alles aufzuprobiert und es gab nichts, das diese selben Funktionen hat und Open Source war. Manche davon brauchen mehr als 500 Milliampere um HDMI und die CPU und WLAN zu benutzen und einen Strom Adapter zum Beispiel Micro USB Form WLAN werden bliehen. Unser wird komplett vom USB Hub gestartet. Keine Qualitäten existierten, als wir das Programm gestartet haben und ich glaube nicht, dass es keine solche gibt. In meiner Meinung ist dieses einmalig. Vielen Dank. Mikrofon 5. Ich würde gerne wissen, ob du WLAN Probleme hattest und als zweite Frage kannst du dir vorstellen, ein robustes Gehäuse außen drum zu bauen, was zum Beispiel an dem Schlüsselbund getragen werden kann. Wir arbeiten an einem Gehäuse gerade im Moment und wir hoffen, dass eine Gehäuseoption möglich ist. Und andererseits Open Source, das heißt, jeder, der ein Gehäuse machen kann, kann es machen. Wir haben es natürlich getestet in Richtung Hitze oder Wärme. Wenn man die USB-Festplatte komplett benutzt, für 100%, dann wird es warm, aber es zerstört nicht die Plattine. Natürlich wird es heiß, wie jeder CPU, aber es ist kein Problem, das haben wir ausprobiert. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Meine Frage ist über das ganze Open Source und soweit ich weiß, dass man mit AMD ein Non-Disclosure Agreement unterzeichnen muss. Das stimmt absolut nicht. Viele Sachen sind öffentlich verschlüsselt, sind öffentlich veröffentlicht für alle. Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, sagt dir, welche Befehle vorhanden sind. und das ist öffentlich. Der Hardware Support, der von jedem Hersteller unterschiedlich ist, ist unter Non-Disclosure Agreement, aber alles, was man wirklich braucht, um es zu benutzen, ist öffentlich. Mikrofon drei. Hallo, nochmal danke für das tolle Projekt. Standalone Computer, wenn man es als Standalone Computer benutzen kann, es wäre wirklich nützlich, HDMI hinzufügen. Geht das? Ja, was du drüber nachdenken musst, wenn man Hardware macht, dann läuft man aus dem Weg, wenn man zu viele Sachen dran macht. Wir wollen einfache Sachen haben und haben deswegen nie darüber nachgedacht, HDMI zu machen und weil wir diese einfache Methode gemacht haben, kann man HDMI Hostgerät haben und man kann darüber einen USB Monitor anschließen und man kann es deswegen trotzdem als Standalone Gerät machen und kann deswegen es trotzdem als Standalone Gerät machen. Wir wollen nicht ein HDMI Multimedia Gerät machen und es ist natürlich quellenoffen, das heißt, wenn man den Anschluss haben möchte, dann muss man das selber machen. Letzte Frage von Makrofon 2, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich meinen eigenen Schlüssel auf dem Device ablegen, um die Software zu verifizieren. Ja. Wie genau funktioniert das? Wie kann ich meinen eigenen Schlüssel auf dem Ganzen ablegen? Okay. Es gibt die Möglichkeit von einem Bootloader das zu machen oder von Linux. Man kann das in ein Register schreiben. Man hat vier Schreibplätze und man kann auch einen Zurückruf Schlüssel hinzufügen. Man kann bis zu vier Schlüssel reinspeichern und das sind deine. Die kann man machen und wenn man die ausführt, dann muss man der Bootloader damit signiert worden sein, sonst startet das Ganze nicht. Vielen Dank für Andrea, eine warme Runde Applaus für ihn. Damit sind wir am Ende dieser